Wenn wir für Menschen beten und in Fürbitte für sie eintreten, erlebe ich immer wieder, dass ich einen Eindruck habe, ein Bild vor mir sehe und es ist immer das Gleiche. Ich sehe ein gigantisches, riesiges Schlachtfeld. Und überall auf dem Schlachtfeld sind solche kleinen Hügelchen. Und zwar sind das Leute, Menschen, Kämpfer, die dort hocken, die sich ihren Mantel übergezogen haben, die dort wie so ein kleines Häuflein Elend hocken. Sie haben ihre Waffen abgelegt und um sich ausgebreitet und sie sind irgendwie mit einer Verletzung oder haben einen Schlag abgekommen, sitzen sie dort und sind besiegt. Sie sind frustriert, sie sind enttäuscht, verletzt, besiegt. Und sie nehmen nicht aktiv am Kampf teil, sondern sie hocken dort einfach und lassen alles um sich herum geschehen. Das sind Menschen, die vom Feind bezwungen und überwunden worden sind und die einfach nicht weitergehen in ihrem Leben, in dem Kampf, der ihnen verortet ist. Vielleicht gehörst du zu diesen Menschen. Du sagst, ich kann nicht mehr. Ich bin vollkommen überwältigt worden von den Schicksalsschlägen dieses Lebens. Ich bin unterjocht worden, ich bin bezwungen worden, ich bin besiegt. Dann möchte ich dir eins sagen. Glaube das nicht. Das ist eine Lüge des Feindes. Das ist seine Propaganda. Glaube es nicht. Die Bibel sagt, du kannst alles durch den, der dich mächtig macht, Christus. Die Bibel sagt, du kannst aufstehen. Du kannst dem Feind widerstehen. Du kannst wieder in Position kommen. Du kannst dich erheben, deine Waffen wieder nehmen, dich aufrichten und den Blick auf Jesus richten. Und du wirst merken, dass du wieder in den Kampf hineingehen kannst. Und dass du siegreich durch dein Leben gehen kannst. Dass du vorwärts gehen kannst. Dass du nicht dort hocken brauchst, wo du gerade hockst, besiegt und enttäuscht. Sondern dass du auf Jesus schauen kannst, den Anfänger und Vollendern des Glaubens. Und wieder hineingehen kannst in den Lauf, der dir verordnet ist. Du kannst. Es ist möglich. Du brauchst nicht an den Schlägen, die du abbekommen hast, an den Verletzungen, an den Wunden, an den Schwierigkeiten, die du in deinem Leben erlebt hast, zu verzweifeln. Du brauchst nicht zulassen, dass diese Dinge dich derart niederdrücken und besiegen, dass du einfach nicht weitergehst. Du kannst aktiv gegen diese Sachen angehen und neu in das hineinkommen, was Gott für dich hat. Und oft ist es so, dass die Leute, die sich aufrichten, die wieder ihre Waffen nehmen, die wieder den Blick klar bekommen, die auf den Herrn hinschauen, auf den König der Könige und den Herrn der Herren, die den Blick wieder auf Jesus richten, in einer völlig neuen Power einfach durchs Leben gehen können. Weil sie haben gemerkt, wie die Machenschaften und die Schlichen des Feindes sind, um sie auszuschalten, um sie zu besiegen. Ich sag dir, glaube der feindlichen Propaganda nicht. Ich glaube nicht den Stimmen, die dir einreden, dass du nie wieder rauskommen kannst, dass du besiegt bist, dass du es nie schaffen wirst, dass du an dieser Sache zugrunde gehen wirst. Glaub es nicht. Es ist teuflische Propaganda. Nimm die Bibel, such nach den Verheißungen Gottes und richte dich auf. Schau auf ihn. Er ist derjenige, der dich zum Ziel bringen wird. Er ist derjenige, der dir helfen wird, zu kämpfen. Er wird dich gebrauchen. Er wird dich nehmen und du wirst durch dein Leben siegreich hindurch gehen können. Wir glauben, Gott hat mehr für dich. Und wenn du unter dieser Situation bist, dass du in dieser zusammengekauert unter dem Mantel bist, dort auf dem Schlachtfeld, dann lade ich dich ein. Steh jetzt auf. Mach einen Neuanfang mit Gott. Schüttel die Bedrückung von dir ab. Wende deinen Blick auf. Schau auf Jesus und schau von den Problemchen und den Schwierigkeiten weg, die dich besiegt haben. Schau auf ihn und geh wieder hinein in das Leben und in den Lauf, den er für dich hat. Und du wirst sehen, Gott hat mehr für dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017